Vor dem Trockenheitsstrahlen war hier alles schwarz drunter. Ich hoffe, Marc blende uns das mal kurz ein. Also, man hat kaum noch eine Schraube erkannt, es war einfach alles schmutzig und dreckig. Was natürlich auch völlig normal ist mit der Zeit. Kann man nicht verhindern, ganz im Ernst. Na gut, fairerweise unter 100.000 Kilometer. Klar, muss man natürlich sagen.